Ja, dass es keine einfache Aufgabe wird, das ist uns natürlich bewusst, das sind zwei Stürmer, die Weltklasse sind. Ich habe wirklich täglich mit einem von den zwei zu tun und das ist wirklich speziell und was Besonderes ist, jeden Tag sehen zu können, wie er arbeitet, wie intensiv und auch wie hart er wirklich täglich arbeitet. Und man konnte auch, glaube ich, sehen, die Saison, was er für eine Saison gespielt hat, wirklich herausragend. Und ja, es wird sicherlich keine einfache Aufgabe, wir werden natürlich sie nochmal analysieren, nehme ich an, oder?